Mittagessen in einem Heim für Kinder illegale Einwanderer in Florida. Tausende Familien wurden an der Grenze der USA voneinander getrennt. Die Eltern sitzen im Gefängnis, ihre Kinder in Auffanglagern. Auch nach dem Stopp der Familientrennungen wissen viele nicht, wann sie sich wiedersehen. Mehrere US-Bundesstaaten wollen die Trump-Regierung deswegen verklagen. Es ist schrecklich. Ich musste gestern in meiner eigenen Stadt erfahren, dass 239 Kinder, die von ihren Eltern an der Grenze getrennt worden sind, 2000 Meilen entfernt in ein Heim in Haarlem gebracht wurden. Und sie wissen nicht, wann sie ihre Eltern wiedersehen werden. Eine Mutter aus Guatemala, die über einen Monat von ihrem siebenjährigen Sohn getrennt war, hat die Behörden bereits deswegen verklagt. Mittlerweile konnten sich die Parteien einigen und sie konnte ihren Sohn wiedersehen. Doch es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis weitere Klagen erhoben werden. Frau Mejia Mejia ist der Beweis dafür, dass Familien voneinander getrennt werden. Es ist zwar schön, dass die Regierung jetzt ihren Sohn freilässt, aber so etwas darf nie wieder passieren. Allein seit Anfang Mai sind mehr als 2300 Migrantenkinder ihren Eltern weggenommen worden. Hinzu kommen viele unbegleitete Minderjährige, die von den Behörden aufgegriffen werden. Mittlerweile hat das Gesundheitsministerium das Pentagon gebeten, Vorbereitungen zu treffen, um Kinder auf Militärstützpunkten unterzubringen. Untertitelung des Jahres